Kein Witz Joe Biden übernahm die Sonntagspredigt in der Kirche von Martin Luther King Jr. Ein Beitrag von Tagesereignis Joe Biden dürfte heute als erster amtierender amerikanischer Präsident bei einem Sonntagsgottesdienst in der Ebenezer Baptist Church von Martin Luther King Jr. in Atlanta predigen. So nannte es jedenfalls der Sohn des legendären Martin Luther King Jr., der im Jahr 1968 sein Leben lassen musste, weil er für die Gleichheit aller Menschen kämpfte, A Sermon, nicht etwa eine Ansprache. Letzten Sonntag wurde der 94, Geburtstag seines verstorbenen Vaters gefeiert. Bidens Anwesenheit sei etwas ganz Besonderes, denn keinen Präsidenten vor ihm habe er zuvor dazu eingeladen, auch wenn etliche Präsidenten, hier nannte er auch Obama, seine Kirche besucht hätten. Der chinesische Sender NTD hat diesen Teil des Gottesdienstes übertragen und meint dazu, dass Biden damit die Unterstützung der Afroamerikaner im Vorfeld seiner erwarteten Wiederwahl im Jahr 2024 stärken möchte. Echt jetzt? Wiederwahl? Tatsächlich wurde er mehrere Male beklatscht und man sah viele freundliche und ihm offenbar zugeneigte Afroamerikaner. Man hörte von ihm, dass er schon immer ein großer Bewunderer von Martin Luther King gewesen sei und dessen Büste bei ihm im OVO-Office stehen würde. Sein Eigenlob hörte auch da nicht auf, wo man ihm nachweisen konnte, dass es nicht stimmt. Biden Ich bin in der Highschool jeden Morgen um 7 Uhr und 30 Minuten in die Messe gegangen und am College war ich vorher in der Schwarzen Kirche. Das ist kein Scherz. Noch lebende Gemeindemitglieder sagen, dass sie sich nicht daran erinnern können, Biden jemals dort gesehen zu haben. Viele Twitter-User bezweifeln das ebenfalls. Schließlich soll er jahrelang für die Rassentrennung gekämpft haben. In der Ebenitzer Baptist Church behauptet Joe Biden erneut, er sei ein Bürgerrechtsaktivist gewesen. Dies ist eine bereits entlarvte Lüge. Biden hat, ganz im Gegenteil, jahrelang die Integration schwarzer Schüler in weißen Schulen bekämpft. Biden war tatsächlich schon seit 1975 gegen die Integration von Afroamerikanern in amerikanischen Schulen, schrieb NBC News im Juni 2019, als man noch nicht daran dachte, dass Biden überhaupt Präsident werden könnte. Es scheint tatsächlich so zu sein, als habe man bereits die Geschichte der USA vergessen, in der die Partei der Republikaner gegründet wurde, um den zu dieser Zeit mehrheitlich in den Südstaaten lebenden Demokraten die Macht aus den Händen zu nehmen und die dortige Sklavenhaltung zu beenden. Es ist den damals mehr in den Nordstaaten lebenden Republikanern zu verdanken, dass Afroamerikaner zum ersten Mal wählen gehen dürften und dass man sie heute als Menschen behandelt, denen die gleichen Rechte zustehen, wie der übrigen Bevölkerung. Zumindest auf dem Papier. Es wird in den USA allgemein beklagt, dass die Geschichte ihres Landes nicht mehr bekannt ist. Das kann dazu geführt haben, dass tatsächlich immer noch 80 Prozent der Afroamerikaner Demokraten wählen, obwohl viele von ihnen eher Republikaner sind. Dass einige dennoch ihre Geschichte kennen, beweist Clarence Henderson ein Afroamerikaner, der erklärte, warum er Republikaner ist. Ich bin ein Republikaner. Und ich unterstütze Donald Trump. Wenn das seltsam klingt, kennen Sie Ihre Geschichte nicht. Es war die Republikanische Partei, die den 13. Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei verabschiedet hat. Es war die Republikanische Partei, die den 14. Verfassungszusatz verabschiedete, der Schwarzen die Staatsbürgerschaft verlieh. Es war die Republikanische Partei, die den 15. Verfassungszusatz verabschiedete, mit dem Schwarze das Wahlrecht erhielten. Dass ausgerechnet der Sohn des Bürgerrechtlers Martin Luther King, dessen Namen er trägt, einen Mann einlädt, der eigentlich gegen die Werte seines Vaters gekämpft hat, ist unter diesen Umständen noch weniger zu verstehen. Dass Biden ausgerechnet in Kings Ebenezer Baptist Church den Heiligenschein aufgesetzt bekam, sollte zum Nachdenken anregen. Denn selbst in seiner eigenen Religion hat er nicht nur Befürworter und ein großer Teil des Klerus im Vatikan dachte darüber nach, ihn von der Kommunion auszuschließen. Wir erinnern uns, Biden steht zudem gerade im Kreuzfeuer. Sein Verhalten und seine mögliche Abhängigkeit gegenüber ausländischen Staaten, unter anderem auch China, im Sinne von quid pro quo wird gerade vom neuen, republikanisch geführten Repräsentantenhaus untersucht. Inzwischen tauchten an drei verschiedenen Stellen geheime Dokumente auf, die er zum Teil mit nach Hause genommen hatte. Ein Fundort war ein Büro im Penn-Biden-Center, einem Think Tank, der, seitdem Bidens Name drüber steht, reichlich Geld von den Chinesen bekommen haben soll. Auch Biden soll dabei nicht leer ausgegangen sein. Weitere Fundorte waren Bidens Garage und seine private Bibliothek in Delaware. Diese Dokumente sind, im Gegensatz zu Trumps Dokumenten, immer noch geheim, da ein Vizepräsident nicht deklassifizieren kann. Das kann nur der Präsident. Diese öffentlich gemachte Einladung könnte der Meinung widersprechen, dass man Joe Biden allmählich loswerden will. Zumindest scheint bestätigt zu sein, dass seine Verbindung zur China noch sehr aktiv ist, denn der Sender NTD, der die Veranstaltung übertrug, ist in chinesischer Hand, wie so vieles in den USA. Muss man hier ansetzen. Könnte es sein, dass man es in China nicht gern sieht, wenn Biden ausgetauscht werden würde? Kamala Harris würde nachrücken, wenn Biden gehen müsste. Es sei denn, sie würde verzichten. Das wird sie allerdings nicht tun, denn der nächste Kandidat für die Präsidentschaft wäre dann Kevin McCarthy, da der Sprecher des Hauses an dritter Stelle in der Präsidentschaft steht. Setzen die Chinesen die Amerikaner eventuell unter Druck, nachdem sie gesehen haben, dass Biden ein Amtsenthebungsverfahren droht? Was wäre dann wohl noch besser, als Biden als einen Heiligen darzustellen, der sogar predigen kann? Einige Zuhörer haben sich nun allerdings daran gestört, dass seine Rede doch nicht sehr fromm war und er lieber über sich selbst gesprochen hat. Die Behauptung, er würde lügen, gehört zu den am meisten geposteten Kommentaren. Da man nicht immer Bidens Geschichten aus seinem langen Leben nachverfolgen konnte, beende ich den Beitrag mit einem Zitat von Mark Twain. Je älter ich werde, desto deutlicher kann ich mich an Dinge erinnern, die nie passiert sind. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, dann würden wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Ich finanziere diese Seite ausschließlich durch Sie, die Leser und seit eineinhalb Jahren muss ich leider auch meine eigenen Reserven angreifen, weil es nicht reicht. Mit einer möglichst regelmäßigen Spende, damit wir kalkulieren können, helfen Sie, diese Seite am Leben zu erhalten. Auch ein kleiner Betrag hilft uns, weiterzumachen. Das Konto finden Sie am Ende des Textbeitrags. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die uns bisher unterstützten. Seit einiger Zeit finden wir uns abends um 21 Uhr und 30 Minuten und oder morgens um 8 Uhr zusammen, um gemeinsam die Basis für einen weltweiten, dauerhaften Frieden zu schaffen. Wer sich angesprochen fühlt, mag mit uns einige Minuten lang um eine friedliche, gerechte neue Zeit meditieren oder beten, bitten, sich vorstellen, den Frieden fühlen, so, wie es für Sie am besten passt. Wir haben uns hier den Initiatoren und Lesern des Buches nur mit dem Herzen sieht man gut angeschlossen und freuen uns, wenn auch Sie mitmachen.